Hallo Zapp, es geht weiter mit Banishes, Ghost of New Eden, viel Spaß beim Zusehen. So, die beiden hier, Red und Arthea, sind jetzt hier in diesem ominösen Vor angekommen. Müssen sich jetzt hier um den Hauptauftrag kümmern, den Eingang der Mien suchen. Sie wollen dem Leutnant bei einem Problem helfen, aber... Merkwürdig. Auf mich wirkt der Käpt'n nicht wie ein kleinlicher Tyrann. Helen hat recht. Die Wahrheit verbirgt sich irgendwo dort unten. So, und dann habe ich hier noch diese... Das ist kein Zufall. Es hat alles mit dem Fluch zu tun. Dann habe ich hier noch die blaue Mission offen. Ich soll ja noch den... Und wo geht's hier rein? Eingang der Mien suchen. Ich muss ja noch den... diesen Fernandino suchen. Wird mir leider nicht angezeigt, wie weit das ist. Das ist ja der Mann von dieser... Ich folge dem einfach mal. Der Mann dieser... Ach, hier vorne. Der Mann des armen Geistes. Ja, ist klar, dass ich da nicht rein darf. Logisch. Bist du das hier vielleicht? Das ist aber der Mann hier. Mann und Frau. Bist du hier fernan, Dino? Wie oft sollen wir uns denn noch streiten, Abigail? Wann bist du endlich zufrieden? Wir werden streiten, bis du deine Lausche aufsperrst. Ich höre dich laut und deutlich in der Masate Hausdache. Verbissene Meckerhexe, eitles Zankweiben. Eines Tages werde ich dir Gift in die Suppe kippen. Und bevor dieser Tag kommt, bringe ich dich zur höchsten Klippe und schubst dich runter. Hä? Das war's? Ihr seid neu hier. Woher kommt ihr? Mein Name ist Red McGraith. Ich bin ein Verbanner von der anderen Seite des großen Teichs. Ihr seht mir wie eine Landratte aus. Da seid ihr hier bestens aufgehoben. John Rumble. Ah, leider. Leider nicht der, der ich suche. Gibt's was Neues hier? Seht euch um. Wir überleben gerade so. Nur jemand wie Miller hat an sowas Spaß. Der Händler? Ja, der befreite Sklave. Nur er wird fortjährig um mit mehr verlassen, als er am Anfang hatte. Es gibt eben Glückspilze. Ich möchte mehr über Sebastian Preece wissen. Könntet ihr ihn? Nein, aber ich kannte den Namen des Leutnants. Jeder kannte ihn. Er starb als Held. Ein geringer Trost für Helen. Könnt ihr mir mehr über Helen Preece erzählen? Eine mutige, kluge Frau. Ich würde ihr sofort folgen. Könnt ihr mir mehr über Helen Preece erzählen? Eine mutige, kluge Frau. Ich würde ihr sofort folgen. Den wollte ich doch. Was könnt ihr mir über Captain Pennington erzählen? Was wollt ihr wissen? Ich weiß nicht. Ist er ein guter Anführer? Mögt ihr ihn? Hat er Geheimnisse? Solche Dinge eben. Nun, hielte ich ihn für einen Narren, würde ich es nicht sagen. Hätte meine Frau die dumme Idee, ich solle mich seiner Miliz anschließen? Ebenfalls nicht. Aha, gut. Was sollst du was über ihr? Ihr Frau? Seid ihr verheiratet, John? Ja, mit Abigail. Ich kann mich glücklich schätzen. Wie sieht es mit euch aus, Mr. McGrath? Die Ehe war nichts für uns. Aber man hätte uns wohl Mann und Frau nennen können. Nein, hätte man nicht. Boah. Die Ehe wurde von Menschen erdacht. Menschen sind fehlbar. Höre ich etwa Reue in eurer Stimme? Reue? Ich bereue nichts. Meine Frau ist wunderbar. Wunderbarer, als ich es verdiene. Aber ich rede nicht schlecht über Sie. Von Wege. Du hast ihn angepflaumt. Lebt lang und in Frieden, John. Wer Gutes tut, ist von Gott. So, wo es Frau schnitt sind, hat sich verpieselt. Schade. Die hätte ich natürlich auch noch gern interviewt. Zumal ich ja hier noch den... Ja, in seine Hütte kombiniert rein. Komme ich da irgendwie anders hin sein? Da hinten blickt auch noch was. Oder vielleicht ist das gar nicht seine Hütte hier von dem Händler. Erstmal alles mitnehmen, was ich kriegen kann. So, da vorne ist auch noch ein Blaus. Ach, vielleicht ist der an mehreren Stellen aktiv. Der Bench. Wie weit ist das denn? Spuker mit der Verfügung? Da muss ich den Laden suchen. Gut, dann suche ich doch erstmal den Laden. Jetzt habe ich ein bisschen Luft. Das wird der Laden wohl nicht sein, oder? Bin ich ja schon rumgeturnt. Da muss ich mich da draußen kümmer. Ich möchte mich auch noch, weil Essenz für... Antea ist ja nicht verkehrt. So, was haben wir hier? Ja, das stand ja auch schon vor Panikens Hütte. Du bist hier die Ehefrau von... Dem, mit dem ich gerade gesprochen habe. Ich muss mich für meinen Mann entschuldigen. Er ist wirklich so unfreundlich, wie er klingt. Also, wer seid ihr nun? Red McRae, Madame. Ich bin ein Verbanner. Ach, wirklich? Freut mich, eure Bekanntschaft zu machen, Herr Verbanner. Ich bin Abigail Rambo. Dank euch kann ich zusammen mit meinem Mann wohl bald wieder in die Berge zurückkehren. Zum Bergen kommt's zu, Witz. Gibt es interessante Geschichten aus der Gegend? Über Ferdinando Miller redet zur Zeit... Aha, den suche ich ja. Ihm ist in letzter Zeit viel Gutes widerfahren und viele verachten ihn deswegen. Gutes. Ich mag den Burschen. Er ist höflich, hilfsbereit, hört seinen Kunden zu. Er hat diesen Neid nicht verdient. Aha, interessant. Alan Preece scheint mir eine tüchtige Frau. Der Käpt'n vertraut ihr sein Leben an. Ich ebenfalls. Der Käpt'n. John verehrt sie. Als das vorangegriffen wurde, hat sich gezeigt, dass wir richtig lagen. Mir gefällt eine starke Frau, die das Sagen hat. Sand. Was denkt ihr über Pennington? Ist er ein guter Anführer? Er hat John Arbeit gegeben. Das war gut. Wir waren zuvor bei den Blythe angestellt, aber fanden danach keine Arbeit. Er hat in John etwas gesehen und ihm die Möglichkeit gegeben, sich zu beweisen. Ja, ich würde sagen, er ist ein guter Anführer. Noch was? Für euren Ehemann. Euren Mann kümmert nicht, dass wir uns sprechen? Nein, warum sollte es? Wir sind uns treu und vertrauen einander. Das trifft auf euch doch sicher auch zu. Jawohl. Sie zweifeln an deinen Absichten. Macht euch keine Sorgen, Madam. Ich bin vergeben. Gut. Dann verstehen wir uns ja. Sie fühlen sich immer alle angemacht. Mein Ehemann und ich stehen uns sehr nah. Wirklich sehr nah. Dann habt ihr meine Bewunderung. So eine Beziehung erfordert ja viel Toleranz. Und harte Arbeit. Ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es habt. Ho, ho, ho. Ihr und euer Mann bevorzugt ein abgeschiedenes Leben? Ich habe ein Dach über dem Kopf, mein Magen ist selten leer und ich kann meinen Glauben ausleben. Wir mussten viele Jahre leiden. Im Vergleich dazu ist das hier der Himmel. Ist es nicht gefährlich hier draußen? Wir beide so allein? Habt Dank für eure Besorgnis, aber wir leben auf unsere Weise und sind damit recht zufrieden. Jo, und dann muss ich jetzt... Nun, ich will euch nicht aufhalten, Madam. Wenn ihr irgendetwas benötigt, fragt... Ja, den Fernandino suche ich und das klingt ja danach, als hätte er dummes Zeug gemacht, weil warum ist ihm... Schieße der Fernandino da oben? Nee, Infirmary. Also, Mr. Peabody, ich werde jetzt die erste Beule aufstechen. Oha. Bereit? Die selbe verschissene Frage, jedes verschissene Mal. Nein, ich bin verdammt noch mal nicht bereit. Wie kann ich mit dir reden? Gar nicht? Gekug? Nee. Ist das zu lesen? Sieht übel aus. Armer Mann. Das ist nie ein gutes Zeichen. Warum konnte ich jetzt mit dem Tisch sprechen? Äh, mit dem Schrank. Ich hätte gedacht, ich könnte das da lesen. So, rede ich mal mit dir. Wer zum Teufel seid ihr? Königin Maria Stuart? Ich hatte die Ehre, Maria die Zweite kennenzulernen und fand sie ein wenig hübscher als mich. Ich bin Red McGraith, Verbanner. Hä? Der Verbanner will also den kranken alten Cotton Peabody bestaunen. Äh, verschwindet. Er stückt plötzlich nach Tod hier. Schotter, und ich bin's nicht. Oh. Was gibt es Neues hier? Hierher kommt niemand, um mit mir zu plaudern. Der Käpt'n war einmal da. Hat sich um Andrew White gesorgt. Der alte Junge schreit wohl im Schlaf. Mhm. Das scheint hier keine Seltenheit zu sein. White ist Torwächter, richtig? Was ist seine Geschichte? Er sieht Geister im Schlaf. Albträume natürlich. Die echten Geister suchen dich heim, wenn du wach bist. Wie läuft das Leben im Vor? Was wollt ihr hören? Es ist kalt. Wir haben Hunger. Willkommen im Paradies. Mhm. Sagt mir mehr über Helen Preece. Ihr habt mein Wort, dass sie nichts davon erfahren wird. Die Frau des Lutents. Die Stellvertreterin des Käpt'ns. Jetzt hat sie das Kommando. Was für ein Aufstieg, nicht wahr? Erzählt mir vom Käpt'n. Ihr könnt offen sprechen. Ich werde ihm nichts davon berichten. Er kann das ruhig hören. Der Käpt'n ist der Beste von uns. Und ich diene ihm mit Stolz. Und wenn er um Rat bittet, werde ich ihn ebenso mit Stolz geben. Nicht, dass er das noch tun würde. Er hat wohl zu viel zu tun im Moment. Für Menschen wie den Käpt'n ist Zeit ein wertvolles Gut. Nicht wahr? Also. Wo habt ihr gekämpft, Soldat? Es geht euch rein für echten Kehricht an, Schatte. Und genau deswegen, mein Freund, kann euch niemand ausstehen. Ihr seid kein Soldat. Ihr seid Schläger und Rebellen. Und solltet ihr je wirklich auf einem Schlachtfeld gestanden haben, habt ihr sicher verloren. Ich bin ein echter Soldat. Hab mir alles selbst beigebracht. Die heimische Farm verlassen, um die Indianer zu bekämpfen. Waren harte Zeiten. Hab unter dem Käpt'n höchstpersönlich gekämpft. Und dann bin ich ihm hierher gefolgt und der Miliz beigetreten. Seit wann seid ihr krank? Was kümmert's euch? Mir geht's noch gut genug, einem Schattenlimmel wie euch die Leviten zu lesen. Ja, wenn ich krank bin, werde ich auch missmutig. Weitermachen, Mr. Peabody. Wir sehen uns. Aber es ist ja nicht so, als könnte ich irgendwo anders hin. Es gibt hier so klar zwei klassische Lager. Die einen bewundern diese hellen Schieß. Und die anderen den Käpt'n Paniken. So, was bist du für eine? Erstmal muss ich dir was hier ausleihen. Entschuldigt, ich wollte euch nicht über den Mund fahren. Ich konzentriere mich nur gern auf einen Patienten. Oh, hübsche Krankenschwester. Willkommen auf der Krankenstation. Ich bin Schwester Wings. Oder Anne, wenn euch das lieber ist. Ich bin Verbanner. McRaeith ist der Name. Aber er nennt mich einfach Red. Red, es freut mich, ein freundliches Gesicht hier zu sehen. Oder überhaupt jemanden. Was kann ich für euch tun? Infos. Über was spricht man hier so? Ich treffe nicht viele Leute. Ich bin eigentlich nur hier. Alleine. Keine Besucher? Keine anderen Patienten? Helen Preece kommt öfter vorbei, wenn sie Zeit hat. Käpt'n Paniken hat Mr. Peabody öfter besucht, aber er war schon länger nicht mehr hier. Und wie sieht es mit euch aus? Wie fühlt ihr euch? Ich bin am Leben und gesund. Ich beschwere mich nicht. Ich kann stark sein für die, die weniger Glück hatten. Ihr seid herzensgut, Schwester Wings. Ich gebe mein Bestes, Mr. McRaeith. Sicherlich tut dir das ebenfalls. Jawohl. Erzählt mir von Helen Preece. Die Witwe des tapferen Niv Tennant. Er ist schon einige Jahre tot, aber sie blieb Witwe. Sie ist ebenso ein Soldat wie ihr toter Gemahl. Eine Kämpferin. Souverän. Selbst nach seinem Tod ist sein Einfluss auf sie noch spürbar. Ich glaube, ich weiß, wie sich das anfühlt. Was könnt ihr mir über Käpt'n Paniken sagen? Er hat gegen König Philipp und die Vampanaoak gekämpft. Und zwar sehr gut, wie man hört. Er mag unsympathisch sein, aber ich urteile nicht. Was könnt ihr mir über Käpt'n Paniken sagen? Er hat gegen König Philipp... Ich wollte... Ach, es geht... Es springt manchmal nach oben. Wie kommt es übrigens, dass ihr in diesen Zeiten nur diesen einen Patienten habt? Mr. Peabody's Krankheit ist kein schöner Anblick. Fort Jericho hat Erfahrungen mit ansteckenden Krankheiten. Die Leute haben Angst. Fürchtet ihr euch nicht vor einer Infektion? Wenn es so wäre, würdet ihr es nicht merken. An was leidet er? Darauf steht mir keine Antwort zu. Ihr müsst ihn schon selbst fragen. Er hat aber nicht gesagt, er muss bestehen. Ich muss darauf bestehen. Ich bin beruflich hier und würde mich ungern selbst infizieren. Besteht so viel ihr wollt. Ich schweige. Aber um etwas anderes anzusprechen, ich kann euch versichern, hier besteht keine Gefahr, dass ihr euch das Königsübel einfangt. Königsübel. Skrofolose. Angeblich soll sie durch die Berührung eines Königs geheilt werden. Hm. Nicht viele Könige hier. Nein. Nur ich und mein profundes Wissen über diese Krankheit. Na gut. Also, wie seid ihr hier gelandet? Was hat euch dazu gebracht, Krankenschwester zu werden? Das, mein Herr, ist eine äußerst persönliche Frage. Ich mag Persönlichkeit. Ich verstehe. Als Kind war ich krank. Sehr krank. Seitdem möchte ich anderen helfen, die krank sind. Deshalb bin ich hier. Und was ist mit euch? Hm. Soll ich das da, so wie ihr? Sag mal, das hier. Ich verliebte mich in eine Verbannerin. Eine der Besten. Meine glücklichsten Jahre habe ich mit ihr verbracht. Und wo ist sie jetzt? Antea starb im Haupthaus. In New Eden Town. Ah, ihr wart das. Ich hätte es wissen müssen. Mein aufrichtiges Beileid Red. Es tut mir so leid. Gut, lebt wohl. Guck mal. Lebt wohl, Schwester Wings. Guck mal, was ich... Lebt wohl und bleibt gesund. Guck mal, was ich sonst noch hier Interessantes finde. Ich muss ja... Gut, erst mal noch was. Ist zu lesen. Achtung mal. 1692, erste Amputation. Noch sehr jung, armer Junge. 15. Juni, 1692. Mit Law. Kennt sich mit Kräutermedizin aus und wird mich unterrichten. 20. Juni, 1692. Ich konnte einen Soldaten nach fünf Tagen Fieber heilen. Olpartorium Perfolatlatum. Auch Wasserhanf genannt. 15. August. Anika-Wurst gegen Rückenschmerzen. Gute Wirkung. Aha. Das hier. Wieder N-Wings. Auszeichnung. 23. April. 23. April, 1689. Sonnenhut hat die Zahnschmerzen des Altmittags genannt. 6. Juni. Chimifuga, Rasse Morsa oder auch Traubensilberkerze gegen Unterlaubsschmerzen. Darf ich dich vergessen? 13. September. Gerüchte über eine Epidemie in den Minen unter den Bergen. Man hat mir verboten, dort hinzugehen. Das ärgert mich. 29. Oktober. Ich habe heute gelernt, dass man mit Öl aus Winter liebt. Die Beschwerden von Königsüberländern kann. Ich bete, dass ich es niemals brauchen werde. Aha. Und hier nochmal. Wieder Aufzeichnung. Ja, Aufzeichnung Nummer 4. Wurzeln des Himmerstrauß. Halte Düsenterie. Verursacht aber womöglich auch. W-Blätter getrocknet. Eine Woche oder länger. Tee zusammen mit anderen Pflanzen ausprobieren. W-Öl. Zwei Tropfen. Scharfer Geschmack. Trübe ihrer Flüssigkeit. Nicht trüb und braun. Vielleicht funktioniert es auch mit Wintergrün. Gaultheria pro kumbens. Ja. Das ist Lateinisch. Aber hier war noch eine Schwester am Start. Wenn da kommen wir nicht raus. Oh, das war die. Hier kleppt ja vorher noch einer am Fenster fest. So, hier ist es aber nichts mehr für mich. Gut. Ich muss jetzt mal den Laden finden. Aber kann natürlich sein. Obwohl es ist ein blauer Auftrag. Den Laden müsste ich finden können. Der hat ja mit der Hauptmission nichts zu tun. So ist das Krankenhaus. Dann müsste ja theoretisch auf den anderen Hütten auch verstehen. Das ist der Laden ja hier nicht mit den beiden hier. Das sind ja Mann und Frau. Das könnte der Laden hier theoretisch aufhören. Genug, John. Ich werde mir deine Tiraden keinen Moment länger anhören. Es sind keine Tiraden, Weib. Pennington ist zum Weichei geworden und wir müssen es ausbaden. Der Käpt'n ist ein Kriegsheld. Zeig etwas mehr Respekt. Aber das ist auch nicht der Laden hier, oder? Das ist eher hier der Aufzug, um da hoch zu kommen, würde ich sagen. Ja, 18 Meter. Aus der Richtung, wo ich komme. Wo hat der seinen Laden? Das ist wieder Captain Freeze. Äh, Paniken meine ich. Ja, 17 Meter. Das kann ja nur diese olle Hütte hier sein. 19... Ist jetzt wieder mehr? Hä? Moment. Ach, ist das ein Laden hier, dieses kaputte Teil? Ja, das sieht eher danach aus. Dann ist es hier... Ist es hier diese längliche Hütte? Oder die Hütte dahinter, wo ich schon mir Sachen ausgeborgt habe? Jetzt ist es verschwunden, der Laden. Das ist das denn, Laden hier? Dieses kaputte etwas. Kann ja kein Laden sein. Aber die sagten ja vorher, dass er Glück gehabt hat. Das klingt ja so ein bisschen danach, als sei er irgendwie zu Geld kommst. Das ist ein Laden, hier steht irgendwas? Mal gehen wir mal rein. Aber das war doch hier. Ne. Die Bude kenne ich noch nicht. Ne. Fell. Ja, jetzt wird es aber interessant. Ja, nee. Nando Millers Laden suchen. Nicht, dass ich doch noch draußen muss. Das hier sieht eher aus wie eine Schmiede. Das ist kein Laden. Definitiv nicht. Und... Das hier sieht auch nicht... Naja, es ist ein schöner Wolfspelz, das stimmt. Bist du der Fett? Aber ich habe mehr als genug davon. Den Leuten in Boston mangelt es auch nicht daran. Das könnte... Was will ich damit? Ihr seid ein Händler. Verkauft ihn. Ich könnte den Spaniern Sonnenschein verkaufen, wenn ich wollte. Aber wir haben mehr als genug Wolfspelze. Bringt mir ein Bärenpelz. Dann reden wir. Ein Bär? Für einen Bärenpelz könnte ich 40... Nein, 20 Acht realen Stücke kriegen, wenn er gut erhalten ist. Ich bezahle euch die Hälfte davon. Die Hälfte von 40 ist 20. Ich riskiere da draußen mein Leben, also nehme ich auch 20. Ein wunderbarer Plan. Und das freut mich so, dass ihr ihn erdacht habt. Ein ausgezeichneter Plan. Es gibt nur ein Problem. Es gibt keine Bären hier. Die sind alle weg. Vielleicht nach Boston, um dort ihr Feld zu verkaufen. Nun denn, wenn sie zurückkehren, werden sie nackt sein und reich. Und dann werde ich ihnen Wolfspelze verkaufen. Na, kann ich mit dir reden? Wer bist du denn? Guten Tag, der Herr. Nathaniel Sather zu Diensten. Wie kann ich euch behilflich sein? Ja, ich suche einen hier den anderen. Das bleibt abzuwarten, Mr. Sather. Brett McRaeve übrigens, der Verbanner. Wie meine Großmutter sagen würde, habt ihr das Talent, selbst einem Tauben noch ein Ohr abzukauen. Aber ihr hört sicher auch jede Menge Interessantes. Wenig, um ehrlich zu sein. Pennington hat John Rumble in die Miliz aufgenommen. Was mir absolut nichts bedeutet. Ich glaube, John war unten in der überfluteten Mine. Das war sicher nicht angenehm. Vielleicht wird ihm die Miliz gut tun. Man weiß nie, wer ein guter Soldat wird. Und sie da hinten backt fest? Ihr habt da sicherlich mehr Erfahrung als ich. Aber ich bin mir sicher. Für mich wäre es nichts. Und wie ergeht es vor Jericho im Allgemeinen? Es ist kalt. Unsere Kleidung vermisst Eleganz. Und die Wände sind trist. Es gibt keine Musik, keine Geselligkeit. Niemand ist fröhlich. Boston ist keine große Stadt, aber ich vermisse sie. Ich frage mich, was ich aus dem Ort hier machen könnte, würde man mich nur lassen. Auch wenn man eine Rübe rot anmalt, wird sie nicht zum Apfel. Ha, das stimmt. Aber wenn man nur genug rot angemalte Rüben hier stapelt, entlockt es sicher selbst im grimmigsten Schatten ein Lächeln. Und was haltet ihr von Helen Preece? Ich würde ihr das Kommande übertragen, wenn ich könnte. Sie ist intelligent, vertrauenswürdig, denkt selbst, nicht an eine alte Doktrin gebunden. Die Leute hier sind verzweifelt. Sie sind krank. Sie brauchen jemanden, der tapfer ist. Und Helen Preece fürchtet sich vor nichts. Was könnt ihr mir über Käpt'n Pennington sagen? Der Käpt'n? Ich kann nun wirklich überhaupt nichts Schlechtes über diesen furchtbar antiquierten, überholten, alten Mann sagen. Sein Erfahrungsschatz ist eine Inspiration für uns alle. Obwohl ich gar nicht darüber nachdenken will, was all diese Erfahrungen mit ihm gemacht haben. Aber wir sollten Respekt vor den Älteren haben und ihre Sicht der Dinge anhören und sie dann prompt ignorieren, während wir in die Zukunft blicken. Richtig schlecht. Gute Aussage. So, soll er nochmal von sich erzählen? Ihr scheint recht gesprächig. Wir kriegen hier nur selten neue Leute zu Gesicht. Vergebt mir, wenn ich die Gelegenheit zum Gespräch nutze. Erzählt mir von euch, von eurem Geschäft. Davon, was euch wichtig ist. Ich stamme aus Boston und ich liebe diese Stadt. Da ist so viel mehr los. Eine schöne Mischung aus Geselligkeit und Anonymität. Dieses Leben vermisse ich. Die Musik, die Farben und die Üppigkeit. Das geschäftige Treiben. Die vergiss mein Nichts, der Blumenhändlerin. Ah, die vergiss mein Nichts. Ich möchte so gern dorthin zurück. Warum seid ihr dann hier? Ich bin der Laden, Junge. Wenn der Laden umzieht, ziehe ich mit. Der alte Ingersoll hat damals, 78, in Boston einen Kolonialwarenhandel eröffnet und dann bei Chiba geheiratet. Ich kam mit nach New Eden mit der Absicht, schleunigst wieder zurückzukehren. Aber dann starb Mr. Ingersoll und ich verlängerte meinen Aufenthalt. Sie nahm mich bei sich auf, als ich noch ein kleiner Junge war. Ich habe keine Familie. Nur meinen Thomas, meinen besten Freund. Wer ist das denn? Egal. Werde ich mich auch noch kennenlernen. Danke für eure Zeit. Und ich für die eure. Gebt auf euch Acht. So, die Frau werde ich, muss ich jetzt wahrscheinlich nicht fragen hier. Bitte habe ich. Ah, ne, hier komme ich nicht rein. Schlüssel fehlt. Du bist hier, also du bist Frau Ingersoll. Ich muss den Laden finden von dem Knalltütenhörnchen. Nur wo? Das kann ja nur hier oben. Oder ist die hinterste Hütte, in der ich auch schon war. Ist auch seltsam. Es steht hier. Kann man nicht lesen. Was? Miller Trading Port. Heißt der Miller? Ja, ferne. Ach ja, ferne. Ja, ist er doch. Miller. Wollte ich noch sagen. Wohle Zoo. Geschlossen. Schade. Sind wir hier richtig? Ja, sind wir. Versuch's nebenan. Jemand zu Hause? Keiner da. Papiere mit Millers Namen drauf. Hier sind wir richtig. Also war ich noch nicht weiter um. Ich denke, der Dreck am Stecken. Der hat auch ziemlich viel Gold hier. Muss man sagen, das ist ein Bettpfannen hier. Ach, ne. Ne, das ist so eine Art Wärmflasche fürs Bett. Was ist das? Eine Kalimba. Ach, ne Kalimba. Ein Musikinstrument. Das ist Bantu. Aus Südostafrika. Ach so, ich dachte, das wäre so ein metallnahe Wärmer fürs Bett. Das. Hiermit wird vermerkt und bestätigt, dass der Besitz des Ladens, der bis dato Eigentum von Fräulein Rebecca Hardgrave war, nun in Gänze und ohne Schulden, dass auf Ferdinando Miller übergeht. Es wird ferner durch die zuständige Rechtsmacht, in diesem Fall in Meinigkeit bestätigt, dass das Eigentum gemäß der Überlage registriert werden muss, sobald die Umstände ist erlaubt. Das klingt doch ganz danach, als hätte, ja, aus Habgier ist die Vermutung, er seine Frau umgebracht. Was ist das? Er ist sehr ordentlich. Unordentliche Händler machen Verlust. Nehmen. Fadi liest auf Englisch. Sehr viel, wie es scheint. Nun, niemand ist perfekt. Da war es so ein Stück auf Englisch zu lesen. Na gut, Mission starten. Ein Stück Holz, das zu einem Amulett geschützt wurde, ist jedoch unvollendet. So, Haus und Tod. Nochmal, ne, ist gleich in grün nochmal. Da ändert sich nichts gut. Kann ich hier rein? Wahrscheinlich, oder? Ne, hier bin ich für hin. Was ist da? Was ist da? Waren zum Handeln? Es ist alles noch verpackt. Vielleicht möchte er weiterziehen. Wer könnte es ihm verdenken? Was haben wir da noch? Ah, jetzt kann ich das wegziehen. Und da vorbei? Och nö, muss ich außen wieder rum. Na gut. So, für die Truhe brauche ich bestimmt einen Schlüssel. Also mal aus und laden rum. Also ich könnte mir vorstellen, denn Antea hat ja vorher schon, oder in der letzten Mission gesagt, er hat irgendwas zu verbergen, mit dem Tod seiner Frau stimmt, was nicht? Waren von überraschend guter Qualität. In New Eden kann es kaum noch Menschen geben, die sich sowas leisten können. Ist das Kassenbuch? Ja, Kassenbuch. 18. Juni, Inge Solz, Gemischwarenladen, Gepäckstücke und Schmuckkästchen 55. Schmied, Gepäckstücke, Möbel, 7, 7 und 9. Inge Solz, Gemischwarenladen, Rebekkas Gemälde, Porträt 3 und 10. Schmied, Rebekkas, Kalligrafiekasten 1 und 4. Es scheint ihm finanziell erstaunlich gut zu gehen. Wo hat er bloß all das Zeug her? Geklaut. Mir lasst den Laden weiter, hier ist noch was. Letzter E-Long-Testament. Ich freue mich an Rebekkas Gemälde und Spiegel. Eine Buchsammlung, gesämtliche Gepäckstücke und deren Inhalt ein Kalligrafiekasten, diverse Mögelstücke, gesämtliches Geld in meinem Besitz, in meinem Geschäft oder auf der Bank und so weiter. Aha. Verdächtig. Verdächtig. Ja, die Liste stimmt mit den Verkaufsunterlagen überein. Wenn ihr mein Geld anrührt, seid ihr tot. Was tut ihr hier? Rauben, würde ich vermuten. Ich bin kein Dieb, Mr. Miller. Ich bin der Verbanner. Ich habe Helen Priest zurück zum Vorgebracht. Ein Verbanner? Diebe sind geübte Lügner. Woher kennt ihr meinen Namen? Es gehört zu meinem Geschäft, sowas zu wissen. Red McRae. Wenn ihr ein Verbanner von Geistern seid, dann seid ihr hier richtig. Ich habe Geld. Ich habe mit Rebekkas gesprochen. Sie ist diejenige, die euch heimsucht. Sie hat mich geschickt, euch zu finden. Sie sorgt sich um euch. Sie sagt, sie liebt euch. Die Engländer nennen das Bockmist. Wenn es keine Liebe war, warum hat sie euch dann ihr Vermögen hinterlassen? Was kümmert euch das? Es ist irrelevant. Ihr seid ein Verbanner. Es ist eure Aufgabe, sie loszuwerden. Könnt ihr euch nicht darauf konzentrieren? Immer mit der Ruhe, Mr. Miller. Ich muss zunächst Rebekkas Hab und Gut betrachten. Ich habe es verkauft. Alles. In der Tat? An wen? Keine Ahnung. Irgendjemand. Ich habe es aufgeschrieben. Ist in der Kasse. Lest es, wenn ihr wollt. Zwei kürzliche Transaktionen. An den Schmied und an Ingers Holtz Laden. Ein Ladenbesitzer bekommt vieles mit. Was habt ihr denn so mitbekommen, Mr. Miller? Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie. Ja, dann her damit. Mein Freund. Wie denkt ihr, stehen die Dinge im Vor? Seht euch um. Es herrscht Verzweiflung. Habt ihr gehört, wie es klingt, wenn ihre Leiber gegen das Holz schlagen? Ich bin ein mutiger Mann. Ich habe viel erlebt. Aber das... Das ist zu viel für mich. Ich weiß nicht, was ihr Leute diesem Land angetan habt. Aber es gibt kaum Hoffnung. Und keine drin. Wie denkt ihr über Helen Preece? Ich denke gar nichts über Helen Preece. Ich gehe ihr aus dem Weg. Und hoffentlich geht sie mir aus dem Weg. Captain Pannington. Na, komm. Was könnt ihr mir über Captain Pannington erzählen? Er hat kein Problem mit mir. Ich habe kein Problem mit ihm. Er respektierte Rebeccas Wunsch. Gab mir, was mein ist. Meine Freiheit. Ihr Anwesen. Hat mich als Mensch betrachtet und die Papiere unterzeichnet. Und wer anderer Auffassung war und sich beschwerte, den stutzte er zurecht. Ihr habt euch wahrlich Mühe gegeben, euer Zuhause zu schützen, nicht wahr? Ihr habt ohne meine Erlaubnis in meinem Haus herumgeschnüffelt. Ich weiß, was ich tue. Ich will mal großzügig sein. Nichts davon bringt auch nur das Geringste. Der Kranz nicht, das Amulett ebenso wenig. Nichts davon funktioniert. Aber es sieht hübsch aus. Die Brosche funktioniert. Stimmt. Sie kam nicht mehr zurück. Endlich schlafe ich wieder. Ich höre, wie sie mich ruft. Meine Namen flüstert. Ich wache auf und sie liegt neben mir. Unsere Blicke treffen sich. Sie starrt mich an. Sie will mich nicht zufrieden lassen. Sie ist eine Nkishi. Ein Dämon. Verbannt sie. Ich bezahle euch. Ich brauche das Geld. Abgemacht. Eure Waren sehen interessant aus. Lasst uns handeln. Nun sprecht ihr meine Sprache, mein Freund. Was hat er am Start? Uh, hat aber nicht so viel. 100. Mount Pleasant Händler. Ich kann mir hier mal was kaufen. Ich weiß, ich habe es nicht aufgepasst. Wie viel ich davon brauche beim Aufrüsten. Nehme ein bisschen was mit. Er hat nur Rohstoffe. Gut. Lebt wohl Gott. Lebt wohl, Mr. Miller. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Wenn ihr Waren sucht, kommt zu mir. So, jetzt gucke ich mal. Ich soll ja jetzt irgendwas Lahnus und die Altspiele durchsuchen. Das habe ich glaube ich schon gelesen. Das war hier sein Geist-Testament. So, es wäre interessant, ob ich jetzt nebenan die Sache jetzt öffnen darf. Er hat alles verkauft. All ihre Sachen. Und zwar ziemlich schnell. Darf ich da raus? Wollte ihr ein neues Kapitel aufschlagen und weiterziehen? Wenn wir ihre Sachen aufspüren, verraten sie es uns womöglich. Gehe ich hier nochmal gucken. Ob ich da draußen das jetzt öffnen darf. Hier war ich noch eine Spur, aber die wird wahrscheinlich erst zu öffnen. Ja, hier wird es wahrscheinlich erst zu öffnen sein, wenn die Mission abgeschlossen ist. Wahrscheinlich will ich dann zufällig einen Schlüssel. So, Inga soll es laden, weil er hinten. Das ist ja doch eine interessante Mission. Ich hatte gedacht, das geht viel schneller. Sind schon 35 Minuten rum. Die Schmiede ist ja auch hier vorne. Gehe ich erstmal in die Schmiede. Und jetzt komme ich wahrscheinlich in die Schmiede auch rein. Denn die Schmiede war ja die ganze Zeit... Inga soll es hier Schmiede... Es ist Schmiede zu. Ganz toll. Oder? Mal reden mit Frau Inga soll. Hübsch. Das Werk, meine ich. Nicht unsere Geisterfessel. Versuchen wir es in der Schmiede. Kann ich mit ihr reden nochmal? Herr Banner. Ach ja, gut. Ich muss mich verabschieden. Danke für euren Besuch. Beehrt uns bald wieder. Also, sie hat nur das Bild. Gut. Ist das jetzt hier... Ne, hier zum Beispiel auch nur in den Laden. Oder in die Wohnstube. So, die Schmiede. Da hinten ist die Schmiede. Die ist auch offen. Komme ich da so rein? Was hat denn? Gut, dann wird das wahrscheinlich... Oh. Ist offen. Jo. Oder war ich doch schon drin? Ach, jetzt kann ich es lesen, Gott. Eine Notiz? Mal sehen. Joseph, ich habe erhalten, was du mir schuldest. Gute Wahn. Ich hielt dich für einen Schwindler, aber ich habe mich wohl getäuscht. Rebecca Sklave, dieser Fernandino, war nicht zufrieden mit dem Besitz seiner toten Herren. Auf Befehl von Paniken ist er jetzt ein freier Mann und auch noch ein Händler. Dieser Wahnsinn wird unser Ende bedeuten. Das kannst du mir glauben. Du und ich sind jedenfalls quit. Zumindest bis wir uns zum nächsten Kartenspiel mit den Männern in der Baracke treffen. Und dann knöpfe ich dir alles wieder auf C oder S. Interessant. Weil der Sklave... Ferdinando war ein Sklave. Sie war seine Herrin. Sie hat das nie erwähnt. Als ob es nicht von Bedeutung wäre. Wir wissen, wo wir hin müssen. Auf zur Baracke. Das ist ja interessant. Ich denke mal, das ist die Baracke... Ist da sonst noch mehr hier? Ich denke mal, das ist die Baracke, die draußen ist. Ist die draußen, ja. Ne, welche? Oder die... Unsere Baracke? Ne, Moment, da ist auch blau. Oder ist das die Baracke, die oben ist, wo ich die... Die Waren... Ach, das ist die Baracke, wo die Leute dann schlafen. Ah ja, das kann ich ja wissen. Das haben wir auch schon gelesen, oder? Das ist ein bisschen Schema an der Tür. Das habe ich auch schon gelesen. Da, aber hier war ich auch... Ich glaube, danach haben wir gesucht. Durch den Tod des gefreiten Furberry gehen dessen Habsäglichkeiten darunter auch sein... Habe ich gelesen. Seine Flinte, auch seinen Wunsch in den Besitz von Teddy der Schatten über, um seine Taten auf dem Stachwerk von Bloody Brook zu würdigen. Möge der Schatten dieser hervorragende Flinte mit Erdan. Das habe ich schon gelesen. Das ist wieder die Geschichte. Ich habe das auch schon gelesen. Ja, das ist eine Art Liebesbrief. Das habe ich letztes Mal schon gelesen. Und das hier auch, glaube ich. Ja, mit Errol und der Schwester. Das habe ich auch schon gelesen. So, ich soll es nach Habseligkeiten suchen. Da muss ich wahrscheinlich Anthea aktiv werden lassen. Ich sehe nämlich nichts. Die Baracke durchsuchen. Ja, aber wo? Hier, das hier. Das konnte ich doch nicht... Ne, ist die Bibel, oder? Ist mir die Bibel noch, oder? Ja. Hier ist das Kartenspiel auf jeden Fall. Ja, wo? Oh. Kann ich da oben eine Etage höher? Kann ich da hoch? Ne. Eine lebhafte Erinnerung der Toten ist irgendwo hier. Aber wo? Jetzt ist sie da. Jetzt plötzlich. Gott. Wahrscheinlich muss ich das erst mal lesen. Also. Sie schreibt ihr Testament, oder? Das ist ihr Sklave, beziehungsweise ihr angeblich Geliebter. Aha. Außer meinem Namen kenne ich keinen auf der Liste. Entfernte Verwandte. Aber ich kann sie nicht enterben. Aha. Das würde ich niemals verlangen. Dich zu kennen ist bereits mehr, als ich mir je erträumt hätte. Wenn ich dich, Gott behüte, je verlieren sollte, würde ich an allem festhalten, was mich an dich erinnert. Mhm. So. Solltest du mich je verlieren, gehört mein gesamter Besitz dir. Aha. Wie kommt das denn? Sie hat doch gerade geschrieben, entfernte Verwandte. Er hat behauptet, sie nicht zu lieben. Wieso lügt er? Tja. Äh. Spuker mit Lång. Wo sind die beiden? Intentionen erhalten. So. Ferdinando konfrontiert. Sein Laden alles anders freundlich. Also. Warum ist es los? Von ihrem Klageschrein angelockt trafen die Verbande auf den Weg. Den Geist von Rebecca, das habe ich schon gelesen. Ferdinando Miller empfing die Verbande in seinem Laden alles anders freundlich. Er war auch nicht begeistert, den Namen seiner verschraubten Geliebten zu hören. Er heuerte Red an, ihren Geist zu verbanen und so nahm die Spukermittlung ihren Lauf. Die Verbande erfuhren von Fernandino, dass die Liebe zwischen ihm und Rebecca Hartgrave, wie sie sie beschrieben hatte, eine einzige Lüge war. In Wahrheit war er ihr Sklave und gab nur vor, sie ihm so zu lieben, um seine Freiheit zu erlangen und in Zukunft in Reichtum zu schwelgen. Intention erhalten. Ja, das kann ich also lösen, heißt das. Gut, dann hat er sie wasch... Vielleicht war es ja mal so, jetzt aber nicht mehr. Finden wir heraus, was er dazu zu sagen hat. Ah, ich denke, das war Mord. Denn, äh... Es geht ja hier immer im Prinzip ums Allgemeinböse der Menschen. Und die Mission heißt ja auch... Es geht jetzt weiterbrief da? Interessant. Ach, jetzt hängt das da auch aus Palings bekannt machen, die ich vorher schon gelesen habe. Und hier ist wieder mit den Dokumenten... Entweder habe ich die andere, andere vorher nicht gesehen. Aber in welchen muss ich jetzt reingehen? Hier. Und dann muss ich wahrscheinlich Rebecca gleich mal besuchen. So kann ich damit sprechen, mein Freund. Oh, gibt das sogar zu. Wie romantisch. Wäre der Käpt'n nicht gewesen, hätten die frommen Leute von Juiden mich ebenfalls sterben lassen. Rebecca war Hals über Kopf in euch verliebt. Die Liebe beruhte nicht auf Gegenseitigkeit, nicht wahr? Ich war ihr Haustier. Ein Hund, der liebevoll zu seiner Herrin ist, auf das sie die Leine lockert. Sie sagte, sie würde mich lieben. Ich tat, als würde ich ihre Liebe erwidern. Machte Männchen, bettelte, ließ mich streicheln. War ein braver Junge. Ihr habt sie reingelegt und dann ausgenutzt. Für einen Sklaven ist ein Krümel Freiheit wie ein ganzer Leib. Ihr hättet das Gleiche getan. Und ich würde es jederzeit wieder tun. Genug geplaudert. Ich denke, ihr solltet euch wieder in die Arbeit machen. Für was bezahle ich euch eigentlich? Ich bin Verbanner, Mr. Miller. Kein Rattenfänger. Geister waren einst Menschen. Sie haben Gefühle, denken über Vergangenheit und Zukunft nach. Um herauszufinden, was den Geist ans Reich der Lebenden kettet und den Spuk zu beenden, muss ich alles erfahren. Ihr wollt, dass ich den Auftrag abschließe? Dann erzählt mir die Geschichte. Der Geist muss sich zeigen. Das ist eine dumme Idee. Ihr könnt sie euch meinetwegen sonst wohin schieben. So oft ihr wollt. Na los. Zerbrech die Brosche. Bringen wir es hinter uns. Mir bleibt keine andere Wahl. So soll es sein. Auf dass es ein Ende hat. Daraus kommt der Geist wahrscheinlich raus, oder? Kommt doch raus. Ich bin nicht. Barbie, du bist endlich hier. Kein Schritt näher. Ich, ich verstehe nicht. Fröhstest du dich nicht, mich zu sehen? Jetzt, Verbanner. Macht ein Ende. Nicht jetzt. Ihr müsst die Wahrheit erfahren. Ihr beide. Da kommt mir... Rebecca, ihr habt uns verschwiegen, dass Ferdinando euer Sklave war. Dass ihr ihn besessen habt. Ich habe ihn geliebt. Ich war ein Sklave. Ich konnte dich nicht verlassen. Was für eine Liebe soll das sein? Was redest du denn da? Wir haben uns doch geliebt. Geliebt? Nein. Ich habe meiner Herren nur gesagt, was sie hören wollte. Ich habe sie mit einer Lüge eingelullt. Ich dachte, du wärst nur dumm. Aber nein. Du hast es geglaubt, weil du es wolltest. Aber sicher warst du dir doch nicht, oder? Deshalb gabst du mich nie frei. Ich habe dich geliebt und du hast mich geliebt. Es war nur ein Stück Papier. Ein Stück Papier und eine Garantie. Ich brauchte die Garantie. Du weißt gar nicht, was Liebe ist. Du kennst nur Furcht. Du hast dich gefürchtet, nicht begehrt zu werden. Nicht beachtet. Allein zu bleiben. Wahre Liebe verlangt uns ab, loslassen zu können. Diese Liebesgeschichte hat ein Ende verdient. Sag mal, jetzt. Ja. Projekt, lass ich aufsteigen. Ja, die kann ja im Prinzip nichts dafür, für ihr. Rebecca Hartgrave. Eure Liebe für Fadi Miller kommt von Herzen, aber beruht nicht auf Gegenseitigkeit. Ihr fügt ihm Schmerzen zu. Lasst ihn los. Ist es so falsch, mit dem Mann leben zu wollen, den man liebt? Ihr habt euer Leben mit ihm verbracht. Aber euer Leben ist vorbei. Er gehörte mir. Ich wollte ihn behalten. War das falsch? Ihr besitzt ihn nicht. Ihr könnt ihn nicht besitzen. Lasst los. Findet Frieden. Frieden? Sie bekommt Frieden? Nach allem, was sie getan hat? Ich finde Frieden und du bekommst deine Freiheit. Es war falsch von mir. Es tut mir leid, Fadi. Alles. Jetzt auf einmal. Ihr wurdet angehört. Wenn ich jetzt den Miller beschuldigen würde, dann habe ich ja wieder dieses Spiel. Ich möchte ja Anteer aufsteigen lassen. Also das ist mein Ziel. Man muss ja immer hier die moralischen Entscheidung treffen. So, und nur. Sie hat kein Frieden verdient. Es war die Hölle mit ihr. Euch ist das egal, Verbander. Nur einer dieser irren Machthaber in einer irren Welt. So, fertig. Keinen Punkt. Das könnte ich noch aufrüsten gehen. Was wollt ihr? Schlüssel. Verzeiht mir, aber das Leben eines Händlers in New Eden scheint nicht gerade einfach zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr das immer wieder fragt, um mich oder New Eden bloß zu stellen. Ich empfehle das Letztere. Ich habe Waren. Ich habe Geld. Sogar Land, auch wenn es jetzt wertlos ist. Ich arbeite hart. Wieso sollte ich nicht handeln? Der Käpt'n hat kein Problem damit. Also, warum ihr? Ich habe doch auch kein Problem damit. Lebt wohl, Mr. Miller. Kommt nicht zu schnell wieder. Prost. So, jetzt gucke ich mal. Ist ja noch mehr. Das Kassenbuch. Testament. Jetzt gucke ich mal, ob ich... Ja, Flamme der Lunge hat. Die Minen suchen wir auch noch. Jetzt gucke ich mal, ob ich jetzt es öffnen darf. Ich glaube es noch nicht. Wahrscheinlich muss ich da wirklich aktiv irgendwo beim Suchen Schlüssel finden. Oder? Ja. Was erzählt er mir da? Abgeschlossen. Das macht mir gar nichts. Gut. Gut. Ja. Ich würde sagen, ich bin jetzt hier gerade so schön in... Ich nenne es mal Nebenmission. Dann hole ich mir nochmal die nächste Nebenmission, die hier quasi... Wenn ich so richtig sehe, wo das Eck ist... Komm, wie weit die weg ist, genau. Aber die ist ja hier. Dann kriege ich nochmal Essenz für Anthea. Und dann ist es vielleicht viel besser, da oben nochmal in die Mine zu gehen. 33 Meter. Wer will jetzt meine Hilfe? Bin mal gespannt. Ah, da oben. In der Hütte war ich, glaube ich, noch nicht, oder? Nee. Er wohnt hier. Ach, er wohnt hier. Bach-Häuschen. Erzählt gar nichts. Ihr habt uns wahrlich den Hintern gerettet, mein Herr. Daran besteht kein Zweifel. Dank euch können wir uns endlich einen Moment ausholen. Das ist bitter nötig. Ist alles in Ordnung, Soldat? Ihr macht einen hundemüden Eindruck. Tote schlafen nicht, oder? Und wenn ich schlafe, kommen sie trotzdem weiter. Eure Kameraden denken, ihr werdet zu feige zum Schlafen. Ihr solltet ihnen das Gegenteil beweisen. Es interessiert mich einen feuchten Scheißdreck, was sie denken. Die sollen sich um ihre eigenen Pflichten kümmern. Ich sag's, wie's ist. Ich denke, ihr werdet heimgesucht. Die gute Nachricht, ich kann euch helfen. Ha, der Verbander glaubt, mich sucht ein Geistheim, hm? Nee. Ich bin viel zu unwichtig, als dass mir sowas passiert. Ich bin nicht wichtig und hab keine Hilfe verdient. Das wäre sowieso Zeitverschwendung. Das ich erzählt hab. Du hast den Mann gehört. Er will unsere Hilfe nicht. Wir sollten uns nicht aufdringen. Zumindest noch nicht. Aha. Gab's irgendwas Interessantes? Wenn ich was weiß, sag ich's euch. Aber macht schnell. Ich hab zu tun. Supi. Könntet ihr Sebastian Preece? Ja, ich kannte ihn. Guter Mann. Ausgezeichneter Soldat. Hatte hehre Ideale. Ist aber nicht rumstolziert wie eine Krähe im Rindstein. Held. Das ist eine Bezeichnung, die oft nicht angebracht ist. Aber Lieutenant Preece war ein Held. Und zwar ein waschechter. Jetzt über, ja, die Frau dazu. Was denkt ihr jetzt über Helen Preece? Hm, sie ist wie ihr Mann. Nur besser. Es liegt ihr im Blut zu führen. Sie erinnert mich an meine alte Mutter. Die Königin von Topsil kommen, nannten wir sie. Zum Kommandieren geboren. Da gab es keine Widerworte. Ah, nee. Komm, sie ist wie... Beim Rutsch... Beim Rutsch das immer ab. Wir beide hatten ja schon mit dem einen oder anderen Offizier zu tun. Erzählten mir etwas über den Käpt'n. Fast 20 Jahre Dienst. Und ich hatte nie einen effizienteren, kompromissloseren Kommandanten. Er sitzt einem ständig im Nacken. Aber das ist gut so. Aber damals ist damals. Und heute ist heute. Er ist nicht mehr der, der er einst war. Aber Nerven kann er immer noch. Mhm. Hallo? Wie steht es um die Leute? Sind sie kampfbereit? Die meisten sind Farmer, Verkäufer, Hausdiener, Jäger. Wir haben einen alten Soldaten, aber der ist krank. Die noch stehen, sind wandelnde Leichen. Vom Wegen kampfbereit. Aber wir halten die toten Horden auf. Noch zumindest. ist kein fairer kampf ja was ist ja vielleicht verdienen sie ihr schicksal vielleicht auch wir vielleicht ich wünschte nur ich wüsste was wir getan haben dass wir diese scheiße verdient haben aber wir würden wohl vermutlich das gleiche wieder tun bleibt unbehelligt gut also dem kann ich noch nicht helfen noch nicht gott dann guten tag mein herr muss mit dem rennen tag kumpel seid ihr die verstärkung die paniken angefordert hat kumpel der verbanner leider muss ich euch enttäuschen ein jammer wir könnten jemanden wie euch gut gebrauchen theater shepard scharfschütze der beste von allen ich bilde einige der jungs hier aus vielleicht können wir euch auch mal was zeigen ich kann gut genug schießen aber danke erzählt mir von eurer welt ich will kurz mal was zu trinken wieso erzählt ihr mir nicht ein bisschen von euch kumpel ihr müsst nur wissen dass ich der beste schütze auf diesem kontinent bin priest und paniken streiten sich zu oft um das zu erkennen so interessant adorno über priest so anhören schnell helen priest sagt mir wie sie in eure welt passt frauen dürfen nicht in den krieg aber für sie sollte man eine ausnahme machen ein jammer dass pannington ihr nicht über den weg traute ich habe an der seite vieler tapferer männer gekämpft keiner kann helen priest das wasser reichen zum beispiel dem teil in dem captain pannington vorkommt der captain ich kenne ihn kaum er kümmert sich um sich ich mich um mich hat wohl den verstand verloren kann ich ihm nicht mal übel nehmen man könnte es auf den flug schieben aber er war schon immer ein verschlossener bastard seit der frau und kind verloren hat frauen gehen für eine familie ist tot das habe ich nicht gesagt aber wer weiß jedenfalls sind sie nicht mehr hier und der captain hat es nicht verkraftet ich habe ja das foto gefunden und wenn ich nicht schießen gelernt mister schappert im krieg kumpel könig phillips krieg ja als ich alt genug war habe ich mich freiwillig gemeldet und bin gegen die rot heute ins feld gezogen das schießen war mir in die wiege gelegt einmal habe ich einen über 500 jahres erledigt was sagt ihr dazu ich bin prinz löwenherz ich mache mich wieder auf den weg und möge der fahrt euch glück bringen was ist die frage da war noch was mit ihm brauche jetzt nicht zu reden das heißt diese nebenmission ist es erst mal verschwunden ist gucken wir noch ein er läuft das ist hier wieder die jägerin oder die hat nichts neues für mich wir haben noch nicht alle einzelheiten gott sorry ich empfehle mich flora lasst euch nicht aufhalten also mit den beiden der trinkt mit dem war noch nicht zu reden dann gehe ich vielleicht doch noch den gern helfen wir sind schließlich beides der gestand aus dem graben ja dann mache ich doch da weiter ist die nebenmission klingt erstmal interessant und diese etwas aufwendigere mission spiele ich dann als nächstes denn das bringt mir ein bisschen essenz und damit kann ich sachen wo versteckt ihr euch hier drüben wahrscheinlich oder das ist er ja wollte ich sagen wollte ich noch nichts durchgucken zur ehren der tapferkeit von android gegen film gegen philipp 68 78 gott segne den könig eine auszeichnung für soldatische tapferkeit ich glaube wir haben endos sachen gefunden wird durchsuchen bis es da an ende war fort die erichung mein liebster ich schicke dir diesen brief damit du dir keine sorgen um uns machen muss meine eltern haben uns mit auf den armen empfang meine mutter hat sich so gefreut ihre enkelkinder zu sehen dass sie ein wahres festmann zu weit hat mein vater hat hat zwar ein wenig gemeckert so wie es immer tut und kann es kaum erwarten dass wieder ruhe ins hause einkehrt aber er ist dennoch sehr dankbar für die zusätzliche hilfe auf den feldern er würde es niemals zugeben aber es stolz auf unsere zwei starken burschen isaac und abraham freuen sich jedenfalls sehr wieder in providence zu sein sie finden die regeln nicht ganz so hart und ich kann ihnen nur beipflichten ich kann es kaum erwarten endlich wieder an der seite zu sein liebling ich mache mir sorgen um dich vielleicht ist es an der zeit nie endgültig zu verlassen die stadt ist verflucht das habe ich von anfang an gesagt ich hoffe dass es dir gut geht und dass sich deine albträume nicht zu sehr um den schlaf bringt vergiss nicht was die schwester gegeben hat trotz der entfernung singe ich jede nacht für dich in der hoffnung dass mein gesang dich erreicht dass ich mein gesang erreichen und wie sonst auch immer beruhigen möge ich liebe ich von ganzem herzen deine dich liebende frau corona white aha das hat er gar nicht erzählt dass er verheiratet war so 16 juli 16 177 an den gefreiten andrew white der messe schuss jetzt beließ unter dem kommando von leutnant panik nach der waren nur leutnant gut angesichts letzten erfolge auf dem schlachtfeld und auf empfehlung eures leutnants oder lieutenants sind in dem fall es wird ja scheinbar englisch ausgesprochen beförder ich euch auf dem posten der euren fähigkeit besser entspricht ab sofort werdet ihr als anwerber im rand eines sergeants dafür sorgen dass unsere streitkräfte mit gut ausgebildeten männern aufgefüllt werden die welt zunächst in haye war hier stationiert sein könne er hat endung also zugefügt worden wir haben uns bereits bei euren sehr verständlich unterhalten und der unfall hat nicht gerade positiv dazu beigetragen ihr seid ein guter manual ein panik nach hat also einer was dazu geschrieben das ist unsere bislang beste spur vielleicht haben wir was auf der krankenstation übersehen vielleicht danach könnten wir nach seiner milizakte suchen ja gut krankenstation war ganz dahinten hinter ich brauche schon einen schlüssel für die waffenkammer hier und krankenstation ist dass sie die waffen kann man vielleicht steht hier hier steht gar nichts hier geht es nur hoch krankenstation war hier drüben oder welches blöd wir brauchen das geht wir haben genug lass mich in ruhe noch 1 2 1 immer nur an dich hier ist die krankenstation sowas haben sie übersehen die frauen der nacht wäsche muss ich mit ihm noch mal reden welcher anblick für meine wunden augen naja aller spätestens jetzt sind sie wundt du bist der beste ihr habt nicht viele besucher oder ja und genauso gefällt es mir redest ich gern gehört weitermachen ist der peabody wir sehen uns aber es ist ja nicht so als könnte ich irgendwo anders hin aber der forschung sagt gott tschüss so krankenstation hier ist schwesterchen habe ich hier was hier ist was neues gut das habe ich schon alles gelesen oder das sind hier ihre alle das ist neu notiz für den patienten android 12. märz 1689 gefreit der android leider bereits seit vielen jahren unter wiederkehrenden albträumen seit 1682 laut eigener aussage und und auch wenn er schon seit 1678 also seit dem ende des krieges schlafen hat seine behandlung und den verlauf der krankheit werde ich im jährlichen abstand hier vermerken 1689 die behandlung mit kräuterinfusion hat die patienten in diesem jahr das einschlafen leichter gemacht die albträume sind seltener geworden nach dem jahrestag von endlos rücker aus dem krieg zeigt der patient jedoch enorme unruhen war geistig verwirrt 1690 der patient sagt langsam anzeigen verbesserung die dosierung der kräuter mixturen mit monats abhängig verdoppelt keine durch unruhe ausgelösten wahnzustände 691 der gefreit white ist ruhiger geworden und wirkt ausgeruhter zwei stimme anfänger von anruhe unruhe sind jedoch aufgetreten der patient empfindet es als schwierig über seine träume zu sprechen gibt sie auch zum protokoll hin und wieder eine verspommene gestalt wahrzunehmen 692 die kräuter scheiden ihre wirkung verloren zu haben haben ich bin auf der suche nach einer neuen behandlungsmethode den patienten nachtreten seine albträume nun wieder häufiger auf und sind noch furchteinflößender abgesehen davon ist sein zustand stabil wie dann jahr später 1693 die neue behandlungsmethode zeit wirkung die albträume kommen seltener vor sind aber dafür umso intensiver je nach monat ist die doppelte dose erforderlich keine durch unruhe ausgelöst waren zustände 694 auch diese behandlungsmethode hat ihre wirkung verloren die albträume treten nun noch häufiger auf und sind noch intensiver der patient leidet an chronischer erschöpfung sechs anfällen diese jahr der patient traut sich nicht über seine albträume zu sprechen die zwei dokumente habe ich schon oder das ist das kräuter dokument ja mit den wurzeln wird und da geht es weiter notiz für den patienten endro war september 1694 albträume patienten sind schlimmer geworden ist der unruhe und lässt mahlzeiten ausfahren dezember 1694 die abreiß der kinder aus und somit auch der familie des gefreiten weit bereit die furchtbare schlaflose nächte januar 1695 der patient schläft allmählich wieder besser die mixtur aus bestimmten kräutern scheint ihm ein wenig beim einschlafen zu helfen februar 1695 die albträume werden seltener der patient ist jedoch noch unruhiger geworden er will nicht über den mann sprechen der ihm in seinen träumen begegnet der gefreite verbringt manche nächte jetzt auf der krankenstation da er unter zeitweiser demenz zu leiden scheint dieser zustand hält jedoch nie mehr als eine halbe stunde an 1695 der patient hat sich beruhigt aber leiden immer noch unter schlafmangel er spricht jedoch nur von schatten und gestalten die ihm nachts erscheinen wenn er wach ist juni 1695 die wachzustände des patienten treten mittlerweile viel häufiger auf er schläft sehr wenig irgendwas scheint alte schmerzhafte wunde aufgerissen zu haben gefreiter white möchte nicht darüber sprechen aber er scheint die gestalt zu kennen die ihn in seinen albträumen verfolgen 13 jahre eine heimsuchung ertragen das ist lang der geist ist schwach gebrechlich aber stark genug sich hier zu halten das ist doch kein leben weißt du zufällig wessen geist das ist soldaten erkennt man an den toten die ihren weg pflastern keine ahnung da muss ich die waffenkammer suchen mit ihr muss ich glaube ich nicht mehr reden oder wahrscheinlich nicht und dann muss ich über andrew white noch mit ihr reden was macht die arbeit schwester wings es ist wie immer auf der krankenstation die tage sind lang aber erfüllend wird auch nichts neues lebt wohl schwester wings lebt wohl und bleibt gesund gut dann mal raus hier aus der hütte jetzt die frage mit das hier wahrscheinlich diese waffenkammer sein wo ich beim ersten mal gar nicht reingekommen bin das könnte die waffenkammer sein ja aber scheiß die bude ach komm ich sogar rein jetzt aufgeschlossen ziemlich leer diese waffenkammer hier hat wohl jemand gehaust wir haben sie auch gesagt dass sie keine munition mehr haben wer ist das hier juni oder juni 695 sehr geehrte damen ich weiß wir kennen uns nicht doch mein kommando sagt mein kommandant sagte mir dass ihr mit demjenigen mit dem jungen talbot willems der miliz von juiden verlobt seid ein guter und tapferer mann es betrübt mich zutiefst euch mitteilen zu müssen dass er tragischer weise von uns gegangen ist auf einer exkursion in die wildnis um nach munition zu suchen wurden der junge willems und seine kameraden von fürchterlichen feiern angegriffen leider verloren in diesem gefecht alle ihr leben wir werden den jungen talbot stets als stets motivierten freiwilligen in erinnerung behalten der sich nie beschwerte auch dann nicht wenn ihm alles abverlangt wurde es gibt niemand in der miliz der ihn nicht als freund betrachtet hochachtungsvoll tiefster trauer andrew white aha also hatte dann kameraden scheinbar verloren so da ist noch leder ist denn auch was zu lesen ja wieder eine bibel oder ja wieder eine bibel gut jetzt muss ich eben die etage höher kommen es hieße über ober der wach ober ist das hier untersuchen ober der wach und kamer da steht hier notiz oder kammer das gewaltig zustand zustand zum urschluss verboten vorsicht herab fallen objekte aha so und wie komme ich dann da und dass alle die funktionen nückeln muss irgendwie hochkommen muss ich erstens unter geschoss ober geschoss hier schlafen auch über soldaten noch mal eine bibel ja überall die bibel also hier komme ich nicht rein die buden sind abgeschlossen da kommt wieder rein lagerraum abgeschlossen dahinter sind auf jeden fall kisten so das heißt jetzt noch tiefer nö endlos akte in der waffen kann man suchen ja nur wie wahrscheinlich muss ich doch irgendwie ins ober geschoss wo geht es da hoch da war ich gerade kann es ja nur von außen hoch gehen heißt das ja muss ja hier ist ja keine leiter drin an der kann sie kann mich auch nicht hoch saugen hier nähe das noch ein brief gelesen war es mit an messe familie sehr geehrter mr messius ich schreibe euch in der hof und dass euch dieser brief ball ist erreichen wird mit welchem ich euch leider über den tragisch tot eures sohnes erl informieren muss der kürzlich an den hängen des mount jericho ums leben kam bei einer exkursion in die wildnis um nach munitions suchen wurden der junge messius und seiner kameraden von feinen angriffen es betrübt mich zutiefst euch mitteilen zu müssen dass dabei alle ihr leben lassen mussten euer sohn sprach oft von seiner familie vor allem von euch seinem vater und insbesondere von seiner liebten schwester ihr sollt wissen dass er als hellstab hochachtungsvoll und tiefster trauer andrew white ist aber trotzdem noch immer keiner aktiver white hier oben ist ja auch keine und hier kommt ja auch gar nicht hoch da kann ich hier hochklettern wie auch muss ich wahrscheinlich mal außenrum vielleicht kann ich hier wo hoch geht ja nur geht ja nicht anders da ist aber auch alles zu dann acht da wird das von hier ist der leiter außen vom ja ich bin ja vom ich war schon da oben versehentlich als ich hier in das vor das erste mal gegangen bin war ich ja so neugierig und bin die außen auf der wehrmauer entlang und dann da oben hin und da habe ich ja auch so paar sachen gefunden und da werde ich jetzt wahrscheinlich noch mehr finden habe ich die leiter nämlich hoch und jetzt werde ich hier mehr entdecken es läuft schon wieder blau das habe ich schon gelesen oder nee das habe ich noch nicht gelesen captain pennings bericht über flora abbott eine gewisse juni 695 ein gewisses flora abbott hat sich der kompanie angeschlossen um gegen die monster zu kämpfen ich nehme jeden den ich kriegen kann und je besser erzielen kann desto besser miss abbott wird hiermit in die miliz aufgenommen nachdem sie der beweis stellt dass sie besser ziehen kann als jeder mann hier indem sie einen fingerhut von einem pfosten aus 200 schritt entfernt schießen konnte diejenigen die sich darüber beschweren ins besonderes ziel das shepherd sollten die hölle fahrt das habe ich auch noch nicht gelesen es gab es da auch noch nicht juin 23 jahre 6 91 zielers herbert wird die miliz aufgenommen ein veteran des krieges gegen king philipp und der beste schütze der mir hier unter die augen gekommen ist seine arroganz ist weniger bewundernswert aber ich schätze die zwei singe sind untrennbar miteinander verbunden dort vermerkt eine beste schwester als schwester endwings kann ich mir nicht wünschen sie ist unverzichtbar und diese arbeit liegt im blut ich will mir nicht vorstellen wie es den kranken und verbunden hier ohne sie gehen würde ebenso wenig will ich mir vorstellen was sie ohne die kranken und verwunderten tun würde also beruht es auf gegenseitigkeit sie hat ja gesagt sie erzählt nicht wie sie her gekommen so ist das im falle also captain pennington's bericht über hemis im falle von ärger und oder konflikt möglicher bericht fehler in der akte vor ihm ist hellen schieß seine frau von größten wert sie ist kampflüssig und kompetent und das vor profitiert von ihrer anwesenheit doch es würde noch mehr von ihrer abwesenheit profitieren denn trotz all ihrer positiven charakter zu fehlt ihr die wichtigste eigenschaft loyalität aha sie klingt gar nicht so unloyal so ist ja auch noch was hier euer captain penning ist bericht über cotton peabody cotton peabody mag nicht gut leiden können aber das beruht nicht auf die seitigkeit solange er seine arbeit macht seine nase nicht die fremde angelegenheit steckt und seinen mund hält werde ich ihm kein ärger machen aber ich traue ihm nicht über den weg und werden in ganz nahm auge behalten wie bonnie gott und er hier ist das für einer juiden 5 juni 681 sebastian priest erhielt die beförderung wird fordert als mein lieutenant dienen die zeremonie war einfach gehalten aber freude voll priest frau imposant trotz ihres kürzliches verlustes versicherte mir dass ihr mann mich nicht enttäuschen würde gut so ich brauche einen starken offizier der sich um die bevorsteht der quarantäne kümmert die frauen verlust erlitten der mann ist befördert worden so und hier ist jetzt was zum da kann ich jetzt runter steigen das konnte ich ja das konnte ich doch beim letzten mal auch nicht oder schlüssel zum militär arsenal und trank nummer noch mehr ist nicht immer ist die gleiche nummer ein nummer 4 170 der hat 155 der hat 170 50 8 8 70 50 8 8 er ist besser reiste erholung 70 ist stärker stärker acht stärke hat keine stärke ich er ist noch besser geisterholung behalte ich den noch erstmal gott wusste ich erstmal nix auch ja ich stiefel erstmal runter mal gucken hochgehen kann ich ja immer noch mal gut ja muss ich noch mal oben hoch das war mir jetzt nicht einleuchtend dass ich da so tief runter komme ich habe gedacht er wäre noch zwischenetage aber in der blöd wie auch also noch mal hoch na gut da werde ich jetzt mal hier will ich habe bereits eine karte viel anwalt endowights bericht lesen 8 juni 6 27 gestern am morgen ritt ich mit zwölf bilder von paus maus los auf der suche nach einem trupp der plimmis miliz der nach dreitäger patrouille überfällig war nach einem halbtägen ritt genauen stießen wir auf den einzigen erleben des trupps als er mir der jungen rekrut die einzelheiten des indianer hinter als berichtete war ich beeindruckt von seiner standhaftigkeit er nur weit ist ein vielversprechender teuflisch zäher soldat der sich der messe schuss miliz unter meinem kommando anschließen wird und er wird für seine tapferkeit gebührend gewürdigt werden leutnant soll paniken interessant und ich habe ja schon gegen einen ein stück blech zum andenken an den leben voller opfer ich würde sicher lieber wieder in ruhe schlafen können ich habe ja die vergangenheit lässt sich nicht ändern die zeit heilt alle wunden heißt es zumindest so und ich werde mit andrew reden unter den vielleicht etwas auf und ich habe ja gegen ein saul oder saul aus musste ich ja schon kämpfen mit bei seeker das ist ihr hättet frühstücken sollen mein freund seid jedenfalls gegrüßt das ist das denn ich bin anthea duarte das ist wir sind verbann also wer seid ihr und was wollt ihr ihr habt euch entschlossen euch zu zeigen weshalb kann ich reden zu aus sucht ihr nach hilfe wer seid ihr gar nicht sprechen das wird kein spaziergang habe ich recht seid ihr der geist der andrew whiteheim sucht ja so ein jahr oder ein nein stumme geister sind die schlimmsten das ist sinnlos wir jagen im dunkeln ohne licht und fahrt zunächst musst du herausfinden warum man nicht sprechen kann und wird uns da keine große hilfe sein aber wenn uns unser freund hier nicht sagen kann was er von uns will kann er sonst vielleicht zeigen ich halte die augen offen damit wir sie nicht verlieren so ich würde das gemacht enthüllen da unten hier entlang das erinnert mich an einen meiner ersten fälle der geist war stumm weil sich die heimgesuchte person geweigert hat zu sprechen der geist ist also stumm wegen andrew ich weiß nicht gut möglich warum hat jetzt jägerin grad geleuchtet was hat die hat ja orange geleuchtet blau sind ja diese spektral spuren dem geist folgen das knistern so im hintergrund klingt als wäre das hier alles radioaktiv verseucht und geigerzähler wird hier strahlung messen so klingt das ein bisschen alles vielleicht aus absicht das sind ja auch diese strahlungslinien weißt damals natürlich noch kein liter bleibt ist da kurz bosn und woche noch also düsterwald bleibt ist wird so heißt der ort ich könnte mir vorstellen dass diese andrew aktion geist weg wollte muss reden hier bei uns enthüllen wo ist den freund hier hoch kann ich sagen die linien zeigen ja so ein bisschen hier oben ist nichts mehr oder doch jetzt was hier ist nur in die lieder und weiter dort ist wasser ich wechsle kurz mal die verbannung so manchmal hilft das ja dass wir plötzlich was angezeigt wird so definitiv hier weiter hier kommen aber keine mehr aber ich denke mal ich bin es gibt ja die in die mine rein oder er führt uns irgendwo hin in die mine ja sieht aus wie die mine an der gestank aus dem graben oder sind da die ganzen sind da die ganzen toten der geist der andrew heim sucht kommt mir sehr schwach vor vielleicht sieht er die folter in die länge um mehr freude daran zu haben oder er hält sich zurück weil er angst hat sein opfer leer zu sagen wäre meiner so zurückhaltend gewesen hätte ich vielleicht auch mal durchgeschlafen ich bin neidisch lieber nicht geister wie diese sind die schlimmsten man sich jahrelang dahin manchmal jahrzehntelang das ist eine furchtbare art aus dem leben zu scheiden da ist ein gelbes fragezeichen das wird dann die hauptmission die nennen was größere mission sein aparte oder ich habe mich vermisst aber ihr mit mit diesem geist von endro nichts zu tun auch wenn er hat noch rüstung an ziemlich starkes schief ist das hier fertig party geist hat uns die gefährlichste rote ausgesucht vielleicht spielt er ja noch mit uns ganz leichtes ganz leichtes ja knacken genau das klingt wie dieser wissen gleicher zähler ich hätte hier hoch hätte auch hier hoch gehen können könnte ich hoffe nicht dass die mission aber ich kann es mir nicht vorstellen dann übergehen denn dann läuft mir die zeit müssen da von er will dass wir ihnen folgen ja dann tun wir das noch mal wo führst du uns denn hin da sind doch auch wieder viel ja sehe ich doch von hier schon sondern irgendwelche wölfe schämen von wölfen die sich dahin gebildet hatten wieder in sonne gemeint muss ich das ja kloppen ja was kann ich hier schon auf der anderen seite das muss an t ist wieder sichtbar machen schrift an der wand überzeugt sich selbst schlüssel zu den gestorben und bleibt männer aha wer ist hier gestorben und joshua kann man nicht lesen joshua borsche oder so ähnlich und darunter steht ja kann ich nicht lesen irgendwie so zu früh gestorben gott got to soon also ähnlich hier ein never blamed you my friend ich habe die schulter jemand freund unser geist ist nicht auf rache aus das macht die sache einfacher was das ist you must du musst dich daran halten und da drüben steht forgive yourself made also der komisch soll vergeben joshua zu früh entschlafen was sollte denn sonst draufstehen joshua gott wollte einfach nicht gehen nasenbär vergib dir endlich kamerad unser neuer freund erwartet uns joshua was you must nicht aufgeben und da was kann ich lesen wie ist schreut von mir ist ähnlich sei stark ab ist schon und da you must du muss leben aha und da sei tapfer halt freund und nu komm ich hier hoch habe ich jetzt alle aufgedeckt 1 2 3 sei stark tu es für dich 3 hier 5 vergib dir endlich kamerad so man muss jetzt auch noch ach hier ist auch noch was gehört es kommt da jetzt raus schönes oder nicht schönes hier geht es weiter das muss dann also heißt das wahrscheinlich dieser ende weit hat ewige schuld auf sich genommen für die er scheinbar für die er scheinbar nichts kann oder für hallo ich häng fest jetzt das finde ich manchmal komisch bei anthea das sie an manchen stellen so festklemmt aber was eine was eine torfnase was eine torfnase ganz ehrlich er stirbt immer zur falschen zeit der knalltüten kommt ich steh bereit ich steh bereit hat ja auch hier der der super du bist der beste brudi scheiße ich bin tot wieso was ist das mit starker geist und ich kann nichts trinken was ist das für einer hallo ja ich merks ich bin tot komm was ist das ich kann dir helfen jetzt bist du jetzt bist du weg oder kommt der nächste bruder hier da raus joshar ist andrew freundlich gesonnen welche beziehung hatten die beiden ja super waffenbrüder womöglich waffenbrüder man fühlt sich einem kameraden nie näher als wenn man mit ihm seite an seite kämpft man kämpft für seinen nebenmann nicht für geld nicht für einen könig sondern für seinen freund du hast vorne aus dem krieg das höre ich zum ersten mal wir haben uns aus den augen verloren vielleicht suche ich sie wenn all dies vorbei ist wie gesagt dass wir noch ein bisschen merkwürdig den meisten jungen männern wird eingetrichtert vom krieg zu träumen und sobald sie im krieg sind träumen sie von zu hause zumindest wenn sie nicht gerade am kämpfen und sterben sind das kuriose ist beim verboten patch bei dem spiel denn jetzt kann sich an der wieder super bewegen sie kann zurück sporen sie kann sich blitz umdrehen und da sind diese blauen dingas ja willst du alleine spaß haben? ja will ich party weg äh vom der Linies vom der dieser schemenhort muss gesäubert werden ah ne es mal andere mal lass mal andere mal ich dachte das gehört gehört zu der mission aber kann ja nicht ich muss ja hier und so da muss ich jetzt wieder als retto dann muss ich mich wie gesagt glaube ich dringend aufrüsten Und ich könnte mir vorstellen, dass hier auch der Weg nachher lang geht Für hellen Trees Jetzt geht's da oben weiter, das ist ja wahnsinnig, was ich hier laufe Was wir da uns denn zeigen Och nö Ich muss ja auch wieder kämpfen Das ist ja der Klassiker So ein tiefes, eingeschnittenes Tal Darum kreisen auch wieder welche Du kannst mich gleich Jetzt habe ich ein paar Kloppen hier Ich bin auch ein bisschen hauen Das kann ich auch an der Wechsel Ich muss sagen, Antea ist deutlich stärker als Red Aber ist vielleicht auch Absicht, weil Red ja noch ein bisschen lernen muss, Verbanner zu sein Das war's für dich So, no Da hoch ist Wo ist hier mein Nennen wir es mal wohlgesonnener Geist Oh, das gibt mir riesen, riesen Dingen hier Ich ahne schon wieder Böses Das Du hast eine endlose Ansatz Spektralaktivität von dieser Art von Anfragen Kannst du wiederholen Mitgegentreten die Intensitätsschwierigkeit Brand wird sich nach jedem Befolgt Abschluss erhöhen Eine endlose Ansatz Spektralaktivität kannst du An der rötlichen Umgebungsfarbe erkennen Gehört das jetzt zur Mission Dem Geist folgen Wo ist der Geist Wo ist der hin Weg Ach, nicht hier hoch Also das muss ich mir ein andermal schnappen Weil die Zeit, die läuft ja hier eine Anderthalb Stunden schon rum Und deswegen zwei Neben ist Und gut, ich höre mir natürlich auch alles an Das ist ja für mich Das ist ja ein RPG Das muss man ja auch ein bisschen genießen Der fühlt mich Weil der fühlt mich gut rum Es ist nicht schlecht So erkundigt, vollautomatisiert Die Map Ah, sind hier die Schützengräme Oder soll das hier sein? Wahrscheinlich, oder? Stand aus dem Graben Das klingt doch danach Nach Schützengrämen Hier ist irgendwas Das hier Spuren der Erinnerung eines Geistes Befinden sich an diesem Ort Das irgendwie Kann man nicht lesen Schade Im stillgebecken an die Brüder Die im Kampf um die Frage gefallen sind Wir stehen immer in eurer Schuld Aha Und da Und da Pistole Und diese Fessel ist durchtrennt von Geistes Sobald die Bindung des Geistes An das Lebendreich Durch den Abschluss einer Spurmeldung Durchtrennt wurde Nähert sich an Thea Wieder automatisch an der Essenz Um sich zu stärken Gut Pistole Ist sonst noch was erklärt Zur Pistole? Ah ne Wird ja sein können Dass noch ein bisschen mehr erklärt ist Weil ich spreche doch gleich mit dir mal Freund Soll ich mit dem Geist sprechen Wenn du überhaupt redest Ich euch wiederzusehen Joshua Ihr wollt dass wir Andrew White helfen Seine Schuld loszuwerden Und sein Leben zu erleben Richtig? Wir wissen dass ihr an seiner Seite gestorben seid Fühlt er sich deshalb schuldig? Könnt ihr deshalb nicht sprechen? Ja Ich weiß wie das ist Ich werde alles tun was ich kann um euch zu helfen No Schön Wenn wir helfen können Und jetzt? Wenn sie nur miteinander reden könnten Andrew konfrontieren B Andrew muss sich öffnen Andrew muss sich öffnen Solange er seine Schuld nicht gesteht Wird sich nichts ändern Aber wieso hat er denn Schuld? Zwischen den beiden steht eine Mauer Und wir müssen sie einreißen Vielleicht kann ich das Aber ich verstehe es Andrew konnte seinen Freund nicht retten Und es gibt sich selbst Der ist das die Schuhe Wollte ich sagen Weil sonst Das sollte er nicht Leichter gesagt Das getan Die Scham ist ein seltsamer Vogel Das ein Scheiß Und sich nicht leicht abwaschen lässt Aber nichts davon erklärt Was den Geist an diesem Ort bindet Ja Stimmt Vielleicht irgendwie Vielleicht doch ein Hinterhalt Oder sowas Ich spüre etwas Aus der Spektralwelt In der Nähe So und das Ist manchmal auch merkwürdig Jetzt kann ich suchen Wo das ist Ach hier Jetzt sieht man Diesmal sieht man es Aus wie kaputter Wagen Acht realen Stück Knochenfragment Ach gut ich muss ja gar nicht mehr Auf Anteo umschalten Fällt immer gerade ein Ich kann ja ganz normal Zum vor zurück Bin ich mal gespannt Ob ich dem Geist Helfen kann Den würde ich dann Also Kommt jetzt ein bisschen Darauf an Was mir Endro gleich erzählt Aber von der Ja moralischen Seite Würde ich ihn glaube ich Erlösen Und aufsteigen lassen Damit beide ihre Ruhe haben Endro kann dann Ganz normal weiter kämpfen Und das vorbewachen Da vorne ist was blaues Was ist das denn Oh ich bin schon wieder neugierig Ich glaube das ist wieder was Äh Da muss ich mich auch noch Kümmern Wieder was verwunschenes Mal gucken was das ist Oder ist es wieder so So Nehmen Der Navigator Achter Ah So ein Fischlein An der Wand An die Wand Oder in der Wand Gezeichnet So Wenn ich mal mit Endro sprechen Und dann passt das nämlich auch Ein bisschen mehr als eineinhalb Stunden rum Das ist für zwei Nebenmissionen Muss ich sagen ist ja nicht schlecht Kann ich mit dir reden Du bist wieder die Jägers Frau Aber Guten Tag Flora Hast du hast für mich ne Guten Tag verband Ne Ah ja stimmt Ich empfehle mich Ja ja Das Blöde Ich nicht aufhalten Sie hat mir Da muss ich mal gucken Sie hat mir gesagt Was sie von mir will Wenn ich auf Unterwegs bin Und da geht's rein So Herr Andrew Wo kann ich da unten rein Ist da auch von da Wir haben die Budi Was da drin ist Habe ich auch nicht nachgeguckt Da noch was interessantes finde Schlaflager Und mir ist da nicht Ja Oder Es ist da Gut Vielleicht kommt hier mehr Wenn ich Die Geschichte doch weiterspiele Also scheint mich so zu sein Man darf nicht zu stark Abweichen Von der Storyline So Da bist du mal freund Oder Erfreulich euch lebendig zu sehen Mein Herr Macht es kurz Ich bin im Dienst Ich erzähle nur selten davon Aber Ich war auch einst Soldat Was dachte ich mir Wo habt ihr gekämpft Erst Habe ich mich durch die halben Highlands gekämpft Dann dort Wo mich die Zahlmeister hingeschickt haben Bayern Böhmen Österreich Und was ist eure Kriegsgeschichte Wir haben doch alle eine Hm Was mache ich jetzt einfacher In einer Pariser Taverne Lut ein Türke Drei Kameraden und mich zum Trunk Und bot uns die Gelegenheit Für die Ottomanen Gegen die Österreicher zu kämpfen Und gegen die Polen Die Preußen Gegen wie noch immer Gute Bezahlung Für jeden eine Villa auf Zypern Und eigene Sklaven Ich sagte Ich wolle keine Sklaven Und sei kein Landesverräter Aber ich will Sagte mein Freund Lukas Aber die Sklaven befreie ich dennoch Ich wünsche dem alles Gute Neun Monate später Neun Monate später Überfiel mein Trupp Einen türkischen Gesandten Auf dem Weg nach Venedig Ich fand Lukas Am Rande der Straße Ich beerdigte ihn Wo er gefallen war Immerhin habt ihr ihn wohl nicht erschossen Vermutlich schwierig das mit Sicherheit zu sagen Oh hat er vielleicht das gemacht Aber wisst ihr was euch nie wieder loslässt Dieser widerliche Geruch nach Eisen Der einem in die Nase steigt Während das Blut rausläuft All den tapferen jungen Männern Die wir ausschicken Ruhm zu erlangen Wird bei diesem Geruch Die grausame Wirklichkeit offenbar Eine Realität die den Tod verlockend macht Vielleicht Vielleicht nicht Aber Blut versickert Wir sollten uns nicht mit der Vergangenheit Und lange verstorbenen Menschen aufhalten So jetzt mit Joshua Es wird euch nicht gefallen Aber wir müssen über Joshua reden Lasst es ruhen In der Vergangenheit Da soll es bleiben Eure Vergangenheit ist euch in die Gegenwart gefolgt Euer Freund Joshua hat eine Botschaft für euch Er will Rache üben Ich weiß es einfach Oh Rache Ihr irrt euch Er will euch Freiheit schenken Er hat euch nie dafür verantwortlich gemacht Das wart ihr selbst Warum sollte er nicht auf Rache aus sein Es steht ihm zu So sieht er das nicht Ich Ich hab ihn erschossen Ich wollte ihn retten Und hab ihn erschossen Oha Moment Wie ist das genau passiert? Es war ein Gefecht im Wald Zwei Indianer Warfen sich auf Joshua Einen konnte er erledigen Der andere hatte ihn im Griff Ich war 20 Meter weg Ich legte meine Muskete an Und drückte ab Die Kugel Durchschlug glatt seinen Schädel Aber die Medaille habt ihr angenommen oder nicht? Ja Ich kann keinen Blick drauf werfen Auf dem Formalitäten Drecksding ist Joshos Gesicht drauf Mir steht keine Zinnmedaille zu Mir steht gar nichts zu Ich verdiene nicht zu leben Krass Ich will nicht mehr leben Ich will sterben Bitte Bitte Erlöst mich von diesen Qualen Puh Ist das was ihr wollt? Boah Jetzt ist es aber heftig Muss ich das mal nehmen Es ist meine Pflicht Die Lebenden vor den Toten zu schützen Manchmal auch vor sich selbst Ihr könnt lernen damit zu leben Glaubt mir Sprecht darüber Akzeptiert es Irgendwann wird es euer Leben nicht mehr beherrschen Und ihr könnt die verbleibende Zeit zum Leben nutzen Da ist er Nein Du hast überlebt Jetzt musst du dein Leben Jetzt kann er reden Cool Ich bin es alter Freund Ich habe so lange versucht mit dir zu reden Aber dein schlechtes Gewissen haupt mir die Stimme Finde Frieden Ich habe nicht das Recht dazu Ich habe dich erschossen Ich war sicher ich hätte gut gezielt Aber ich habe mich geirrt Und dich getroffen Es war ein Versehen Andrew Du wolltest mich retten Das konntest du nicht Aber Du kannst jetzt Buße tun Ich finde keinen Frieden Solange du dir nicht verzeihen kannst Erlöse mich Andrew Finde Frieden Und erlöse mich Joshua Ihr habt gesprochen Andrew Ihr habt es vernommen Zeit die Geschichte zu beenden Äh Aufsteigen lassen Kann ja nichts dafür Beide nicht Gut Ihr habt viel zu lange in Stille ausharren müssen Ihr könnt diese Welt verlassen Das kann ich Hart Dank für Banner Danke Andrew Es wird Zeit Liebe wohl zu sagen Freunde Es tut mir leid mein Freund Ich schleppte die Schuld eines Todes mit mir rum Solange ich konnte Die Schuld So es denn je eine Schuld gab Ist beglichen Lebe dein Leben Lebt wohl Joshua Ihr habt weit mehr als nur eure Pflicht getan Lebe wohl Alter Freund Heftig Lebt wohl So er darf jetzt aufsteigen Das ist ja quasi ein guter Geist Den kann ich ja nicht einfach jetzt verbannen So es kommt nur Erledigt Geschichte Ja Ich bin zu nichts mehr nutze Für eure Hilfe Das werde ich euch nicht vergessen Kann ich wieder mal reden Habt ihr keine Geister zu jagen? Ja Jetzt hat er wieder hier seine Ich sag mal heftige Gut Ja So ist sie wieder am Start hier Muss ich jetzt mit dir reden? Ne wahrscheinlich nicht oder? Ne die kommt nur zufällig Wahrscheinlich spawnt die immer Ne wahrscheinlich spawnt die immer Gut Dann gehe ich jetzt Mineralwasser Na Leichtes aufstoßen Jetzt redest du doch mit mir? Egal Nein Ich gehe jetzt hier erstmal in meine Bude Hab ja jetzt ein bisschen Energie bekommt Bloß diese Punkte Bin aufgestiegen Im Level Das heißt ich kann jetzt durchaus Noch ein bisschen wahrscheinlich was aufrüsten Was machst du denn hier? Ach so Die wartet die ganze Zeit auf mich Der Helen So Ausruhen Oh ich kann nichts aufrüsten Aber schade Hätte gedacht Aber Entwicklung kann ich machen So Also zwei Geisterpunkte für Anteas Finde ich richtig gut Jetzt müssen wir mal gucken Ah sie macht 25% mehr Schaden Kriegt aber auch 25% mehr in die Zähne Phantomsatz Das ist wenn sie diesen Supersprung macht Und direkt in den Gegner rein Knallt Wenn ein Gegner mit einem Spektral Interlässt sie einen Wirkungsbereich der Spektralschaden verursacht Also könnte der nächste Gegner noch Plattmacher Schwachpunkt treffern Mit dem Gewehr Verhängen Die Ablehnzeit Der Manifestation Wenn ein Gegner mit einer Manifestation Sieben Prozent Lebenspunkte Wiederhergestellt Auch nicht verkehrt Wenn Spektralesplosion Bei voller Wandern Zähne wird Verursacht 75% Strahl Spektral Explosion Mehr Schaden Es werden aber alle Bandpunkte verbraucht So Das haben wir vorne noch Phantomsatz Tja Was ist besser Ja geht immer in den Arm Schwer Das ist alles für Red Das ist wieder für Anthea Ist schwer zu sagen Und hier habe ich Nur Red Auf der Seite Hier ist ein bisschen Anthea dabei Ja Oder Ist das hier Bannanzeige Ich glaube das nehme ich Das muss ja eine gerade Diener sein Das heißt hier könnte ich noch Red reinkommen Und nach dem Dann könnte ich hier noch den Red Oder ich gucke mal Und Wobei ist dieses Ich glaube das hier nehme ich noch Und jetzt brauche ich noch was ordentliches für Red Was ordentlich Schaden macht Wenn ein Gegner mit dem Gewerbesieg will Erleihnis Durch den nächsten Angriff 192 Ja aber Gegner mit dem Gewerbesiegen Sind ja nur diese Mini Geister Oder diese Mini Äh Schämen Das ist wieder nur Anthea Wenn ein Gegner von Anthea getroffen wird Das Gewehr sofort nachgeladen Ja Tja ist auch nicht verkehrt Aber ich Wechsel So dann muss ich Achtung Den Gewehr kommt zu Anthea Um einen Schlag Aber oft zu hören Der Widerstände ignoriert Schwer Was ist das Faust 25% weniger Der Gegner mit dem Gewehr besiegen Wenn die Geisternzahl voll ist Verhänger Rättsangriff Die Abgezeichnung von Manifestation Um 15% Ist auch nicht verkehrt Oder Da muss ich wahrscheinlich Ja da muss ich wahrscheinlich Noch ein bisschen Mission spielen Um das freischalten zu dürfen Beziehungsweise muss ich wahrscheinlich Hier was aktivieren Ja Gute Frage Nächste Frage Ich glaube die sind Pferd Ah ne Dann fliegt das ja weg Es ist ja immer nur eine gerade Linie Erlaubt Nein Aha Dann kann ich hier nicht Was aufrüsten Hier müsste ich zweimal Es gibt ja auch keine wirklich gerade Linie Na gut Dann muss ich Oder hier nochmal Red nehmen Kombo Angriff Aber hier muss ich auch gerade Linien kriegen Oder Ja Hier muss ich auch gerade Linien kriegen Würde das denn Geld Ne auch nicht Kriege ich ja auch keine gerade Linie wirklich hin Ja schade Ja gut Dann kann ich das nur hier irgendwie einbauen Hier wäre eine gerade Linie Todesstoß Wechsel nach dem Angriff Mit dem Gewehrkolben Das könnte interessant sein Muss ich daran denken Mit dem Gewehrkolben zuzuschlagen Anstatt mit meinem Schwert Wobei Ich kann nur hier die gerade Linie machen Schade Und hier geht es auch nicht Ja Das heißt man kann wahrscheinlich dann gar nicht alles aufrüsten Weil Ich bin ja nie gerade Linie hin Das könnte ich noch Das geht auch nicht Ne Dann bleibt mir nur eins von den beiden hier Wenn ich doch mit dem Gewehr komme Das teste ich dann beim nächsten Mal Jetzt habe ich aber noch ein Anthea übrig Jetzt ist hier wieder weggeflogen Was ich hier rumgedödelt habe Oder Wenn der genau Sie werden 7% Lebenspunkte wieder hergestellt Mache ich das denn Bannanzeige Spektral Explosion Und schwer zu sagen Ja wie soll ich Entweder muss ich noch freigeschalten Wenn er sich beides gleichzeitig aktivieren kann Dann probiere ich doch mal das hier Dann kriege ich die Linie unten nämlich aktiv Das wäre ja eine gerade Linie Aha Aber dann fliegt es aber drüben was weg Hä Darum Warum haut das jetzt da drüben Ja da muss ich beim nächsten Mal Hier noch was bei Red rein Reinpacken Gut beenden Ja dann würde ich sagen Eine Runde schnarchen Mal gucken ob da noch eine kleine Geschichte kommt Und ansonsten war es das dann hier Keine Geschichte kommt nach dem Ausruhen Ja wir sind bei gut 2 Stunden Die Mine wird jetzt bestimmt noch mal eine Stunde dauern Das heißt das mache ich beim nächsten Mal Ja Sind nur noch mal aufgewacht die beiden So jetzt stehen So steht ganz normal auf Werde ich das Ganze jetzt noch schnell Sicherheitshalber speichern Wobei es wahrscheinlich einen Speicherpunkt eh gegeben hat Ja Die Flammen der Dunkelheit heißt das hier Guck mal Die Karte Gucken ja da oben finde ich noch was Hier im Lager habe ich erstmal alles abgefrühstückt Hier hinter dem Lager ist noch ein Orientierungspunkt Irgendwo im Gebirge versteckt Da hätte ich hingehen können Hier hinten war ich ja schon Ja Gut Dann noch mal hier hin Weichern Ja Flammen der Dunkelheit Sprechen wir mal um sich jetzt aber drüber Na gut Ich sag da mal Danke fürs Zusehen Tschüss bis zur nächsten Folge Macht's gut G� 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 G Ê Gais Vielen Dank.